Meine Meinung von YouTube, Alke im Paralleland, ich finde, ich kenne sie nicht, aber da sind schon viele Leute abonniert, alle 30.200 Abonnenten, aber von heutiger Zeit. Seinen Kanal gegründet am 07.01.2021. Nicht schlecht, oder? Richtig gut, schon 1000. Und ich, ich bin kleinere Schwester, mein kleinerer YouTube-Kanal. Aber hey, das macht mir nix. Ähm, ich wollte euch nur sagen, meine Meinung, sie kann schaffen, mehr Abonnenten, aber von 1000 ist auch schon gut. Hey, das ist 1000. Guck mal von meinem Kanal an. Ich will genau 1000 haben. Wenn du das siehst, von diesem Video von ich gerade, von dir, ich gerade, ich mache, Beispiel. Kannst du mich 1000 zufällig mehr geben von Abonnenten, zufällig? Ich will nicht betteln, ich will fair bleiben, aber ich brauche ein bisschen mehr Abonnenten. Wenn ich 1000 habe, ich bin froh, ich bin froh, dass ich 1000 habe, ich will da mitspielen von euch, von 1000 Abonnenten. Ich will mitmachen, ich will mit, helfen von über 1000 Abonnenten. Ich mache Beispiel für meinen YouTube-Kanal, das geht um diese ländere Dame. Bitte abonnieren von Sie und von mir. Ich will gerne auch Abonnenten haben, das reicht mir 1000 Abonnenten. Ja, das würde ich gerne mitmachen. Es geht um diese nette Dame. Seine Kanalname Alke im Badaland. Badaland. Sie war eine gute YouTuberin. Ich kenne sie nicht. Aber helft sie und helft mir. Von Abonnenten. Abonnieren. Das ist sie? I do.